Hallo, dieses Video handelt über komplexes Wurzelziehen und ist gedacht für einen Ingenieurwissenschaftler und Naturwissenschaftler. Schauen wir uns das mal an. Im Unterschied zum reellen Zahlsystem hat eine Ente Wurzelkomplexen immer eine Lösung, wenn Z nicht Null ist. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, zunächst die komplexe Zahl in die Euler-Form zu überführen, z gleich r mal i hoch i mal p, r ist der Radius der komplexen Zahl, p der Winkel, i die imaginäre mit i Quadrat, gleich minus 1. Vorsicht, die Bezeichnungen können teilweise ein wenig abweichen, gern wird zum Beispiel für i auch j genommen. Für die Enten Wurzeln, Omega gilt dabei folgende Formel, Omega k gleich Ente Wurzel r mal e hoch i mal p durch n plus k mal 360 durch n. Für alle k aus 0 bis n minus 1. Ja, dann gibt es das Problem, dass p noch im Bohrmaß angegeben werden könnte. Ist aber für mich unschön, weil 360 Grad lässt sich gut durch alle wirklichen natürlichen Zahlen teilen, aber 2pi eben nicht, deswegen ziehe ich eigentlich immer 360 Grad vor. Gucken wir uns jetzt ein paar schöne Beispiele an. Zum Beispiel, Omega 3 soll 8 sein. Ja, das heißt der Radius wäre 8, das ist ja 8 plus 0 i, also ist der Winkel 0 Grad. Und somit kann ich dann die Formel anwenden für Omega 0. Das ist dann dritte Wurzel 8 mal e hoch i mal 0 durch 3 plus 0 mal 360 Grad durch 3. So, und wenn ich das dann eintippe, ja, ist das ja e hoch 0, das ist 1 und dritte Wurzel 8 ist 2. Und dann zeigt, Omega 1 ist dritte Wurzel 8, auch wieder 2 mal e hoch i mal 0 durch 3 plus jetzt statt 0 mal 360 durch 3, also 1 mal 360 durch 3, das gibt 120 Grad, also 2 mal Grosus 120 plus i mal Sinus 120 Grad. Das wäre dann 2 mal, das wäre dann 2 mal minus 0,5 plus i mal Wurzel 3 halbe. Und das ist dann minus 1 plus Wurzel 3 i, wenn ich das dann ausmultipliziert habe. Und Omega 2 wäre dritte Wurzel 8 mal e hoch i mal 0 durch 3 plus 2 mal 360 durch 3. Das ist gleich 2 mal Grosus 240 Grad plus i mal 240 Grad vom Sinus und dann ausmultipliziert minus 1 minus Wurzel 3 i. Dann schauen wir das mit Omega hoch 4 gleich minus 80 an. Das ist 81 mal e hoch i mal 180 Grad. Die minus 1 ist ja e hoch i mal 180 Grad. Also r gleich 81, p gleich 180 Grad und Omega 0 gleich vierte Wurzel 81 mal e hoch i mal, wegen der vierten Wurzel, 180 durch 4 plus 0 mal 360 durch 4, sind dann sozusagen vierte Wurzel 81, ist ja 3 mal i hoch i mal 45 Grad. So, jetzt der nächste Omega-Wert, Omega 1 ist die vierte Wurzel, 81 mal e hoch i mal 360 durch 4, das ist dann 3 mal e hoch i mal 135. Wir sehen also von hier nach hier kommen dann immer 90 Grad dazu. Plus 90 Grad dazu. Und hier ebenfalls plus 90 Grad dazu. Das heißt also, hier könnte ich dann jetzt stoppen, oder das versuchen dann in die andere Form dann umzurechnen, wie ich das dann gerade eben bei der hoch 3 Funktion gemacht habe. Vollzichte ich aber mal drauf, denn dafür gab es ja ein anderes Video.